Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Karsten Story, dem großen Kuddelmuddel hier, wobei sie im Augenblick einigermaßen sauber auffüllen. Und ja, hier haben wir noch ein bisschen was zum abbauen, bevor wir wieder weiter runter müssen. Halt Stück für Stück, drei Ebenen immer, damit wir den Rest dann ausfüllen können, so wie hier. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir doch Steine loswerden. Hier sind jetzt halt alle 15 Brick-Torns beim Auffüllen gerade. Wenn sie hier fertig sind, machen wir hier einen kleinen Seitenstreifen, wo die da sie dann weiterfüllen können. Aber ausgesetzt, sie müssen die schon wieder tunneln. Bis dahin. Auf jeden Fall sind die Brick-Torns wieder arg verwirrt. Ich weiß nämlich nicht, warum sie runtergesprungen sind. Um hier irgendwo. Leute, habt ihr getrunken oder was? Ja, hinterfragen wir das einfach mal nicht. Ich weiß nicht, was beide Brick-Torns machen in der Zeit, wo ich nicht aufnehme. Aber es scheint nichts Gutes zu sein, so wie sie sich jetzt gerade verhalten. Aber ja, müssten die da nicht normalerweise blau sein, wenn sie betrunken sind und nicht gelb. So entstehen wahrscheinlich Korrupt-Torns, wenn Brick-Torns zwei Alkoholiker werden. Korrupt-Torns sind ja irgendwie bläulich oder leuchtbläulich wenigstens. Korrupt-Torns sind ja irgendwie bläulich. Der Seite dann noch zwei Lines, hier noch die Line und die ist ein bisschen fertig. Und dann haben wir wenigstens die Grundfläche unserer Burg. Soweit gefüllt. Und dann wieder da halt. Und jetzt ist es trock, was wir jetzt sind wie gut. Also sind wir da wie leicht. Und dann geht's doch mal wieder. Und dann können wir eine Mary undENNMAR evacue всё. Und dann reais Bible alles gut. Und wenn wir hier dann besser Romania ges prochaines Tours elas ASMR haben. Und dass du das versteckst, dass ist ein wenigst다 load. Also gut, das funktioniert, wenn wir so viel 애conduitionelt. Den 있고 äußern neunrel serio. Da verkeilen sie sich wieder aneinander. Da, da, da. Da laufen sie wieder. Oh, sie schaffen das aber, bevor sie die Klippe runterlaufen. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Ah, ja. Aber ja, sobald diese Burg hier fertig ist, müssen wir mal nach einem Projekt suchen, was interessanter für euch und auch für mich ist. Äh, da will ich immer Kopfschmerzen kriegen durch die Bugs hier in dem Spiel oder das komische Brickthornverhalten, besser gesagt. Was für mich halt und dasselbe ist, äh, ist auf Dauer nicht so lustig. Nee. 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 Das war's für heute. Zumindest sieht das hier einigermaßen professionell aus, was ich hier mache mit dem Steinbruch. Das war's für heute. Bei viel zu erzählen habe ich ja auch nicht, während wir das Ganze machen. Das ist halt ziemlich monoton. Jedenfalls das Füllen hier, bis wir ganz gefüllt haben. Das gibt sich leider auch an den Titeln manchmal wieder. Ah, wir haben endlich mal wieder Musik, wenigstens. Noch haben wir genug Steinchen. Hier müssen wir, wie viel noch füllen? 108. Und ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Reizhusten heute. Ich versuche es in den Griff zu kriegen. So schlimm ist es nicht. Ich versuche es nicht. Oh, die sind hier bald fertig. Dann gebe ich mir den mal etwas mehr. Blech her, aber nicht zu viel. Sonst machen sie wieder Kuddelmuddel hier. Also ja, da oben sieht es doch gut aus. Ey, wir sind hier bei 91. Genau, unterhopfen und einfach irgendwo wet auf den Block setzen. Doch, das ist auch nicht Leid, das ist heute. So, das ist jetzt Kuddel. Dad? Twitter? Mann, du kannst duól? Kommst dir in die Hand? Dann geh du auf den Block setzen? Ja, das ist gerade klar. Hopfen, du hast du angefangen. Ich versuche es nicht mehr. Du bist auch nicht, du bist. Und du hast du bist. Aber ja, heute haben sie es echt mit dem Kreislaufen. Ich weiß auch nicht warum. Also sich einfach mal so spontan in den Kreis zu drehen. Oder auf der Stelle zu laufen, wie McCoy es gerade macht. Ey, sie haben einen Tee wenigstens gemacht. Toll. Ja, mit der Treppe stimmt alles. Gut. So, noch haben wir genug Steine. Wir müssen die noch nicht verschieben. 62 hier. 69 hier. Dann sollten wir das noch ein bisschen... ...ein kleines bisschen breiter machen. So. So. Das war's für heute. Ich würde jetzt langsam mal sagen, ich schicke sie zum Tunnel zurück. Das war's für heute. So, NoWon darf noch mal sein, letzte Fuhrer. Komm ey, da ist genug Platz, wo du den Stein verbauen kannst. So. Ah, 499? Achso, die machen wieder komische Sachen da unten. Äh, wo ist NoWon? Ah, da ist NoWon. So. Das heißt, wir können das hier eigentlich mal gerade ziehen. Also voll aufziehen. In der Hoffnung, dass wir die danach dann dorthin verschieben. Äh. Ich muss sie das richtig füllen und nicht irgendwie random. Okay. Okay. Jetzt muss ich auf beide Orte wieder gleichzeitig achten. Okay. Okay. Zum einen hier, dass wir sie fertig sind. Und nicht mit vollen Säcken zurückrennen oder rumeideln. Zum anderen hier, dass ich dann ihnen sage, sie sollen das hier noch austunneln. Ohne dass ich einen neuen Tunnelbefehl geben muss. Okay. 17 noch. 17 heißt, jeder darf noch mindestens einmal. Äh, mindestens zweimal. So, jetzt können wir das hier hinziehen, hier wegmachen und dann können die den Rest hier wegtuteln. So, dann gucken wir wieder hierher. So, dann gucken wir doch mal. So, jetzt kommen wir glaube ich an dem Punkt an, genau, wo die Leute nichts mehr zu tun haben. So. So, Reise noch zu füllen. Die machen hier fleißig unsere Lager weiter voll. So. Du gehörst jetzt auch da hin. Jetzt füllen noch Reise und Kam auf. So. Gut, jetzt können wir hier weiter aufbüllen. Auch wenn sie wieder komische Arten zu füllen haben. Naja, lasst sie füllen. Hauptsache sie füllen irgendwie, aber wenigstens haben wir jetzt schon mal die zweite Line fertig. Können auch gleich ein Flat Task hier reinklatschen. Bildung. So.